Jaha! Later, bitches! Rote Fässer aufpassen, bitte. Ich geh gar nicht mehr hier raus. Ich sag's, wie's ist. Könnte sein, dass sie jetzt... Ja. Aufs Dach gehen. Eine tot und die brennt. Wo? Der Romero. Was, willst du geneckert werden? Ja, mach mal. Geht los. Juni, kann einfach mal ein bisschen Lame machen. Cheap hier. Ja. 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 Later, bitches. Ich hab' mich erschrocken, Junge. Klasse, Spieler! Einer hat nen Hit auf der Ruine. Wollen wir da reingehen? Ja. Ich bin doch schon drüben gewesen. Hey, ich hab' die gar nicht... Die waren gar nicht ins Zimmer, oder? Ja. Zwei Leute sind's hier. Sind bestimmt die von der anderen Bau in die. Das wär so los, Alter. Der Mensch ist einfach raus jetzt in den Bau-Team. Ja, und die zwei Leute sind. Wo ungefähr? Sind wir noch in der Ruine? Einer tot. Ja. Ja. Und links. Hinten links. Hat nen Hit. Ah ja. Alles klar. Er gibt mir nen Hälter mit der Spark-Sniper aus der Hüfte. Fuck. Er ist jetzt rechts. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Tot. Warum bin ich denn wieder getötet, Digga? Ich hab' gar nicht gerettet. Auf der anderen Seite wird auf jeden Fall geschossen. Ja, deswegen wäre ich... Oh, das war jetzt hier oben. Ja. Jetzt war's tot. Schönen. Schönen. Oh ja. Okay, dann... Okay, dann... Ich hab' den jetzt... Ja, auch Falle. Dann schlärf ich mal. Im Osten in dem Haus sind welche. Da wo wir vorhin rangekrochen sind, wo dieser kleine Durchbruch zur Straße ist. Mhm. Daumen. Nein. Ja. Show mir ne Bounty, falls ich's schaffe. Oh, fünf Leute hier. Einer ist hier direkt unten. Wow, 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 wow. Oh, mein Fenster. Oh. Explosionsbolzen. Spillbolzen nachher auch manchmal. Einer Minus. Ich auch Minus. Ich kann man aber holen. Ich leg ruhig. Ich glaub das Haus an der Seite ist jetzt leer. Mit dem Loch in der Wand. Ja, da war ein Blue-Shot und eine Heule hat mich geblieben. Oder eine Sonne. Ich muss heulen. Unten vorm Haus. Hat ein Hit. Das war ein Hole oder sowas. Ja, ja. Obendrauf ist der Heule. Das Blue-Shot hat... Blue-Shot ist draußen vorm Stalltor. Blue-Shot ist tot. Ja, wir haben doch gerade noch die... Noch zwei draußen auf der Seite. Noch einer tot. Einer pusht mich. Ich muss kurz heilen. Auch tot. Das Team ist raus. Ja. Das Team ist raus. Ja. Das Team ist raus. Ja. Ja. Ich kann gleich hier mal mir eine Sekunde holen. Dann sag ich euch was an. Ähm. Ich sehe jetzt zwei bei 195 von mir aus. Die Rest sind jetzt wahrscheinlich dahinten, wo sie gejokt haben. Also geht mal davon aus, dass jetzt ein Team noch ist. Geht gerade hinten in der Tür rein. Hat gehltet. Ein Red-Shirt. Autsch. 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 Hier haben wir was zum Looten. Und noch für Heilung raus. Hoffe ich. Na, natürlich. Da ist hier vorne liegt. Hier vorne liegt bei mir. Ich glaube noch einer. Ja, aber das ist mir so. Hier vorne liegt Blue-Shirt. Vor der Stahltür. Start. Keiner Minus. Ich gebe mir nochmal die Sekunde holen von dem Blue-Shirt. Ach. Hier ist noch einer. Es sind zwei Leichen hier vorne. Ja, ja. Du hast gerade eine Bounty sogar erschossen. Die Bounty ist nochmal tot. Nochmal die Bounty 2. Einer noch hier. Das wird der Black Coat sind. Der ist hier unten am Schiebetor. Der drüben, bei mir. Ach, der ist draußen. Ja, der steht da um der Ecke. Entschuldige dich. Ja, der lag. Da stand er. Okay. Hat ein Tag drin. Das ist die Centennial Gift. Die Bounty ist drin. Die kannst du dir vielleicht holen. Er läuft draußen. Macht unten die Stahltür auf. Du hast nur drei Schuss. Du kannst mich aber holen, Bibi. Wenn sie die Stahltür aufmacht. Ach, Achtung, er kommt bei euch rum. Da läuft. Da war, da war, da war. Geht schon wieder. Oh. Ist hinterm Wagen quasi. Sehr schön. Entschuldigung. Ok, ich gehe. Wir haben noch ein paar Sachen draper. Untertitelung. BR 2018